Grüezi miteinander und hoi zusammen. Ich bin Kathrin Enni von Swiss German Online.com. Die Möbel Das Fenster Das Fenster Dure Das Stwell Das Stwell Das Tisch Das Tisch Das Büchergestell Das Büchergestell Der Schrank Der Schrank Der Schrank Dkommode 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 twand spät The shtwell. Der spiegel. Schmini. Vor dem Fenster steht ein Flügel. Vor dem Fenster steht ein Flügel. Es hat gelutet. Kannst du die Tür öffnen? Es hat gelutet. Kannst du die Tür öffnen? Ich muss neue Stühle kaufen. Ich muss neue Stühle kaufen. In der Mitte steht der grosse Esstisch. In der Mitte steht der grosse Esstisch. Im Gästezimmer hat es viele Bücher gestellt. Im Gästezimmer hat es viele Bücher gestellt. In meinem Schlafzimmer habe ich einen grossen Schrank. In meinem Schlafzimmer habe ich einen grossen Schrank. Auf der Kommode steht mein Aquarium. Auf der Kommode steht mein Aquarium. Mir fehlt ein grosser Spiegel beim Eingang. Mir fehlt ein grosser Spiegel beim Eingang. Auf meinem Pult hat es ein Computer und eine Lampen. Auf meinem Pult hat es ein Computer und eine Lampen. Ich möchte gerne eine Schmine haben. Ich möchte gerne eine Schmine haben. An der Wand hängt der grosse Fernseher. An der Wand hängt der grosse Fernseher. In unserem Ehebett hat die ganze Familie Platz. In unserem Ehebett hat die ganze Familie Platz. In unserem Ehebett steht der grosse Esstisch. Vor dem Fenster steht ein Flügel. Im Gästezimmer hat es viele Bücher gestellt. Das wäre es gewesen für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. 5 6 7 Vielen Dank.